Was ist los? Woher kommt der Schuss rein? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich sprech grad mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Hallo? Sie wissen, dass Berlin unter Artillerie fahren ist. Nein, aber Hallo? Hören Sie den Beschuss nicht? Hallo? Hallo? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ola haben. Ich weiß nicht, dass Sie mich hören können. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russe schon so nah? Hallo? Hallo? Man müsste die ganze Luftwaffenführung zur Fahrt aufhängen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt zwölf Kilometer vor dem Strecke. Und ich erfahre das heutzutage auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erminden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach Unsinn! Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von woher kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich sprech grad mit Koller. Koller. Geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Staline unter Artilleriefeuer hat. Ah, vous me recevez? Hören Sie den Beschuss, nicht? Apparemment, c'était Aurélie et Capucine, qui avait pas de shampoing. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ah, allo? Non, mais allo, quoi. T'es eine fille, t'as pas de shampoing. Allo? Das sind ja nur 12 km bis zur Stacke. Ist der Russen schon so nah? T'es eine fille, t'as pas de shampoing. Ja, vielleicht so, daaah! C'est comme si je te dis, t'es eine fille, t'as pas de cheveux. Man müsste die ganze Luftwaffe von Führung, saff... Donc après, Aurélie et Samir rentrent dans la maison. Hören Sie den Beschuss, nicht? Aurélie, elle arrive, et là, c'est la guerre mondiale de 70. Das sind ja nur 12 km bis zur Stacke. Ist der Russen schon so nah? C'est la guerre mondiale de 70. Man müsste die ganze Luftwaffe von Führung, safft, aufringen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russen steckt 12 km von Stacke. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer vielleicht handelt es ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! So wie immer wo ich welche unter der Brücke habe gehört. Ich versuch's wie jeder mitte. Und ich versuch's wie jeder mitte. Juerwe, hijo, ganz hart.